so ihr lieben willkommen zurück zu einer folge lascaus enjoy und zwar mit dem schattenpriester nachdem wir den ritter ja auf kapp haben und weitere folgen live stream mäßig kommt mit den ritter aber let's play mäßig machen wir jetzt mal einen schattenpriester mal sehen was daraus wird wir haben uns erst einmal alles rein und zwar ja alles reinhauen und ja du möchtest hallo geht mein hp nicht rein du bist wichtig ab wir absorb gehen mal rein schön gut da können wir das hier eigentlich zu machen ja genau so alles klar ihr lieben so und machen wir erstmal die fixe um uns schnell die fixe und dann ja wie gesagt es geht dann noch weiter lächel mäßig mitten in ritter aber ich wollte erst mal schnell ja let's play mäßig ja und ja da kann ich gleich mal hier schnell zeichen dahinter ein schweine form das müssen wir auch noch machen das ist eine richtige form und so kommt auch doch alles aber ich wollte so netz play mäßig erst mal jetzt zwecks das sagt man gleich netz play mäßig den ritter jetzt mal form leveln noch zwei stück wird es fertig geben die ab und dann machen wir uns ab und gebühr eigentlich weil wo wollen wir sonst hin mit level 90 wir können erst mal bloß nie autohits nie wir könnten ja nicht mehr machen ja aber wir level mal so mit autohits ich denke mal das sollte eigentlich funktioniert ich hoffe es weiß nicht so moment und zwar wann geht denn das hier eigentlich ab 95 wir könnten eigentlich mal schnell status punkte 1 1 1 1 1 loben reise wochen plus intelligenz wir brauchen eigentlich nicht von dem schatten griesenst und kunst war gelten zu kommen noch ganz er braucht eigentlich gar nicht wünschten dresdor gut gucken wir mal eine bücher ja ein bisschen zuwachs schon bekommen in das auch noch gleich eine kälte wie gesagt ihr könnt mal reinkommen und ich versuche auch ich versuche es jeden tag da zu sein aber ihr wisst ja schon machen noch andere videos und andere let's play ist und das schon geschaut und versuche ich noch bisschen zu arbeiten das mache ich auch noch nebenbei und was ist nebenbei es ist hauptsächlich schmuck mit ja ein lüfter von mpc macht euch komische geräusche wir haben uns aber können wir ja den titel noch ein hahn er jetzt kann ich funktioniert so aber mal nicht hoch achtung eigentlich nicht hoch achtung sondern hier ja ich 95 aber der geht auch zwar noch nicht ja wochen mitnehmen auch mit natürlich ich mir nervt mich gerade der lüfter das ist es ja wahnsinn auch komisch bräuchte wohl nicht immer jetzt genau so noch ein bisschen passiv sein und schnell ich wollte das eben haben wir uns hier rein so die packen uns hierher und dann müssen wir nämlich alles schon ein bisschen schnau leute was wir noch uns kaufen müssen ja wir brauchen hast genau deswegen muss man so langsam im moment müssen wir noch mal schnell auch wir haben gar nichts auch echt jetzt ich habe mich mal das ist immer vergessen wir locken und schnell aus dann seid doch meine hand und schwarz ganz schnell die auch noch kommen die auch noch kommen erst und eigentlich was zwei die noch zusätzlich sind vergessen passiert mir wie über ich vergesse da läuft gleich auch schon mal dahinter bevor wir uns hast tun da mich wo 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 man es die noch schnell und die nämlich auch gekauft so schnell hast ja ich brauche ja jetzt ritter brauche ich es nicht weil ich hatte ein bisschen was ist und jetzt gleich mal 100 stück hier von oben hier von oben auch mal dann mal schnell runter gezogen nicht das folge erst mal hier haben wir uns rein drinnen sein doch ihr leben vergessen dass wir eigentlich hast brauchen ja gut ich habe angefangen stimmt er habe mich auch bei der heiligen muss auch ein gewöhn angewöhnen dann bei italien da kommt auch noch euch mal so ist immer jetzt über hier jetzt schon mal viel schneller auch das sammelt warum er sammelt mich auch nicht wegen ihr sammeln in natürlich gleich 100 teuer also von daher würde mir was willst du mir gleich ab 103 auch wenn schon denn schon dann geht da hocken wir gleich los so let's go dann haben wir das hier rein dass das so geht doch sagen nicht jetzt aber ich habe sagen vergessen der heilige werde ich erst einmal als schmuck formerin für die gilte lassen das ja wer neu reinkommt auch schmuck hat und ja die daten werden wir dann vielleicht auch noch machen wie gesagt wir wollen dann auch mal vielleicht wenn man die gilte größer gemacht haben dann vielleicht auch mal noch schlachtteil nehmen oder so ja gesagt wenn ihr bock habt und alles grün wo ich war geht so schnell so die videos werden natürlich bloß so 18 minuten erstmal lang erst einmal am anfang und die bloß erstmal 18 17 18 minuten eigentlich können wir zum 106 an hinter genau abschneiden eigentlich schon neue rüstung das muss man zu 110 machen wohl nee ich mache dir auch 20 minuten lang macht ihr auch 20 minuten nach botten kann ich ja weil es geht eigentlich vom kauf mehr und so ist das schon wenn wir machen jetzt auch schon mal was machen das macht das uns auch schon so ist weg so und nie rein die sind ja blau ach wir sind schon nur noch 10 ok ja dann machen wir noch ein level schnell und schon ihn schaffen ich brauche noch sex so ja da warst du schon der bürger zur rüstung machen wir gleich wir brauchen zurück ja da war die sachen machen wir mal die neue rüstung und dann wird die sachen noch nur klein das ist eigentlich ja da ist aber der besser weil doch noch mehr hat die adeck und eva drin hier haben wir der fans immer die kleen flügel das sind die ersten flügel besser gut ihr lieben somit bedanke ich mich vor zu sehen für kommentare wie auch likes und wir sehen uns also wir laufen dann gleich nächsten video laufen wir nachher ja bei rollen du den sehr kauft abnis ist hi hier ist mal